Klar gibt es Leute wie den Holecek oder was, die denken, sie könnten quasi die Position der Kommission beeinflussen, indem sie da hinfahren. Auch wenn das viele aus dem Weep-Mob nicht hören, es ist nun mal ein großes Wirtschaftsprojekt und das ist es nicht nur für Deutschland, sondern es ist tatsächlich auch für die EU und die Rückmeldung, die ich eben bekommen habe aus anderen EU-Staaten ist, sie finden die Eckpunkte super, aber eigentlich... Hallo zusammen, wir sind mal wieder zum Interview im Bundestag, jedenfalls in irgendwelchen Bundestagsgebäuden und Zimmerchen, weil kam Wegge zum Interview. Aber vorweg, wir machen jetzt hier nicht diesen Rundumschlag, wir fragen Wegge alles Mögliche, Interview, davon gibt es eine Menge aus der letzten Zeit in diversen Kanälen, von großen öffentlich-rechtlichen Kanälen bis hin zu kleinen Fachspartenkanälen und eigenen Insta-Live-Videos und so weiter. Ja, guckt da vielleicht einfach mal rein in das Twitter-Profil oder Insta-Profil von Kam Wegge und können alles nochmal gucken. Das werden wir hier jetzt nicht alles nochmal aufwärmen, sondern ganz konkret über Europarecht sprechen. Hallo Kam, schön, dass wir mal wieder hier sind. Hallo. Du warst selber ja in Brüssel, genau wie Holecek, alle pilgern jetzt dahin irgendwie und die erste Frage, die sich ja aufgetan hat, war, ist überhaupt irgendwas angekommen? Also hier hast du Zuliac von Legal Tribune Online, ist da ja immer hinterher und wir haben auch die Frage gestellt, bei der Kommissionssprecherin, Presssprecherin, habt ihr überhaupt schon irgendwas gekriegt von Deutschland, Eckpunkte da, wisst ihr da was von? Sagt die erste irgendwie auch, nö, wir haben nix. Und dann hatte ja Zuliac so eine Antwort geschrieben, wo die sagten, wir haben keinen Draft, Gesetzentwurf oder was. Auf jeden Fall gab es nie eine offizielle Bestätigung, ganz lange, ob überhaupt irgendein Papier da ist. Und du hast gesagt, doch, du hast aber gesehen, die haben über irgendwelchen Papieren gesessen und die gelesen. Haben die das Internet ausgedruckt oder haben die einen Brief gekriegt oder was? Na, ich war ja da eine Woche oder zwei Wochen, nachdem die Eckpunkte veröffentlicht waren und Karl, also Karl Lauterbach hatte in der Pressekonferenz ja auch gesagt, heute schicken wir es noch nach Brüssel. Naja, und als ich da war, ich habe mich tatsächlich nicht mit der Generaldirektorin von DG Home getroffen, sondern mit der Referatsleiterin dort. Da haben wir über die Eckpunkte gesprochen. Die waren denen offensichtlich bekannt und es gab auch eine sofortige Kontaktaufnahme aus Deutschland. Ich glaube, oder das ist jetzt zumindest mal meine Vermutung, weil ich auch sehr überrascht darüber war, was denn da die Sprecherin so immer von sich gegeben hat, dass wir möglicherweise eine andere Definition davon haben, was denn die Übergabe von Eckpunkten betrifft. Dass man da jetzt direkt nach Brüssel kommen muss und die vielleicht ausgedruckt übergeben muss. Manchmal geht das ja auch digital und per Mail. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber auch da haben ja jetzt erste Gespräche stattgefunden und ganz spannend eben an den Äußerungen der Sprecherin der Kommission ist auch, dass sie eben jetzt von einem Draft, also einem Gesetzesentwurf gesprochen haben und gesagt haben, naja, uns liegt noch nichts zur Notifizierung vor. Aber das war ja auch erst mal nicht unser Plan. Genau. Also ich glaube, an dem Punkt können wir schon mal sagen, wir beide sind uns einig, auch die Informationen, die ich jetzt mittlerweile aus allen möglichen Richtungen habe, die haben da jetzt was vorliegen. Ja, also da ist was da. Ja, also und zwar konkreter gesagt die Eckpunkte mit einem Begleitbrief, wo diese Interpretationslösung erklärt wird. Ja, wir glauben, dass unser Ansatz hier zu legalisieren mit EU-Recht vereinbar ist und gebt uns mal ein Feedback dazu. Ja, so eine Art Begleitbrief. Es ist kein offizielles Notifizierungsverfahren, das ist erst ab Gesetzentwurf. Dann haben wir auch Fristen, das dauert drei bis sechs Monate, bis sie dann Antwort geben und dann sagen, geht, geht nicht, ist vereinbar mit EU oder nicht. Jetzt haben wir aber was anderes. Jetzt haben wir so eine Vorabfrage, die recht ungewöhnlich ist. Was passiert jetzt da in der Kommission? Welche Reaktion ist zu erwarten aus deiner Sicht? Ja, als ich da war und gesagt habe, naja, wir hätten da ja schon gerne eine Einschätzung, da war die Rückmeldung eigentlich, so was machen wir ja nie. Also den Weg, den Deutschland da eingeschlagen hat, der ist schon sehr ungewöhnlich, weil normalerweise geht man eben erst mit einem Gesetz ins Notifikationsverfahren und wir wollten uns halt doppelt absichern. So muss man das halt eigentlich sagen, weil natürlich die Bedenken schon nicht klein waren, inwieweit das noch gestoppt werden kann auf europäischer Ebene. Und wenn sich die Kommission jetzt tatsächlich öffentlich äußern würde zu den Eckpunkten, dann wäre das auch für die Kommission ein sehr ungewöhnlicher Schritt. Und zumindest ich interpretiere die Äußerungen der Kommission jetzt so, dass sie eher sagen, unsere Aussagen, die haben wir in den inoffiziellen Gesprächen gemacht, wir werden erst ganz öffentlich was sagen, wenn wir im Notifikationsverfahren sind. Das heißt eigentlich dieses irgendwie Konsultationsverfahren, was so offiziell heißt, aber was es eigentlich gar nicht gibt, hat gar kein klar definiertes Ende, weil es irgendwie beamtenmäßig nicht in irgendwelche Kästchen passt. Weil es, wie du sagst jetzt auch, wahrscheinlich gar keine schriftliche Antwort geben wird, sondern nur irgendwie eine mündliche. Wann ist das Ganze denn abgeschlossen? Wann kann man denn sagen, okay, das hat sich jetzt erledigt, diese Nachfragerei. Mal angenommen, die werden jetzt wirklich nicht kommentieren, weder passt in die Verträge oder passt nicht in die Verträge, sondern einfach nur schickt uns halt ein Gesetz. Wann ist es denn dann so weit, dass man die Antwort so als gegeben hinnehmen kann? Also ich glaube, es haben ja schon erste Gespräche stattgefunden, dass die Bundesregierung jetzt diese Gespräche bewerten muss und sich die Frage stellen muss, reichen uns die Aussagen, die wir bekommen haben? Oder wollen wir uns nochmal treffen, um nochmal darüber zu sprechen? Da muss ich sagen, habe ich auch einfach gar keinen Einblick in die Gespräche und was da jetzt gerade diskutiert wird. Und dann wird irgendwann, und davon gehe ich aus, dass das dieses Jahr noch passieren wird, eine Bewertung erfolgen zwischen den zuständigen Ministerien und dann auch entschieden werden, wie gehen wir weiter. Also legen wir den Gesetzentwurf vor und gehen jetzt ins EU-Notifikationsverfahren oder wählen wir einen anderen Weg? Und ich glaube, das ist jetzt halt eine Entscheidung, die Karl, aber auch alle anderen Ministerinnen und Minister, die da beteiligt sind, treffen müssen. Und wir werden das dann begleiten. Aber schön wäre natürlich schon, und das ist auch unsere Forderung, wenn der Gesetzentwurf so schnell wie möglich stehen würde. Und Karl hat da ja auch zugesichert, dass das sehr schnell geht, so einen Gesetzentwurf zu machen, weil ja viele schon daran gearbeitet haben. Also im Grunde ist Karl selbst derjenige, der dann jetzt irgendwann verkünden würde müssen, das Verfahren ist abgeschlossen, die haben uns gesagt, sie sagen nichts. Also es wird keinen Bescheid geben oder irgendwas in die Richtung. Naja, da Karl ja der federführende Minister ist, ist auch er der, der sich offiziell dazu äußern wird. Also da gehe ich davon aus, dass das Karl Lauterbach machen wird, ja. Gut, also immerhin würde es dann ja auch nicht auf ein Nein rauslaufen, was ja möglicherweise die Sache töten würde. Zumindest habe ich Lauterbach so verstanden, dass er sagt, wenn die EU Nein sagt, jetzt in diesen Konsultationsverfahren, dann mache ich da nicht weiter mit Legalisierungsgesetz. Jetzt angenommen, das kommt jetzt nicht. Kein Nein. Und irgendwann sagt Karl Lauterbach, okay, in den Gesprächen hat sich ergeben, die sagen nicht Nein. Dann kommt der Gesetzentwurf. Ende des Jahres, Anfang nächsten Januar, was ist dein Tipp? Glaubst du, dieses Jahr im Dezember, ist das noch machbar? Ist das überhaupt vorstellbar? Also ich vertraue jetzt erstmal auf die Aussage, die getätigt wurde, dass man so einen Gesetzentwurf sehr schnell hinbekommt. Ich meine, die Ministerien haben ja tatsächlich monatelang, also vier, fünf Monate lang schon an ihren Themenbereichen gearbeitet. Also alle Ministerien werden ihre Teile zuliefern zum Gesundheitsministerium. Und da wird dann ein einheitlicher Gesetzesentwurf gemacht werden. Also so stelle ich mir das auf jeden Fall vor. Und ich bin mir sicher, dass nicht nur die Eckpunkte Teil quasi des Arbeitsprozesses waren, sondern natürlich auch schon die Analyse, welche Gesetze müssen wir wie ändern. Und deswegen glaube ich tatsächlich, wenn jetzt noch im November oder Anfang Dezember entschieden wird, wie man jetzt weitergeht und die Entscheidung eben ist, einen Gesetzesentwurf zu machen, dass der Anfang Januar, Mitte Januar allerspätestens dann auch da sein könnte. Ich bin total gespannt, weil zwischen dem, was jetzt da liegt mit den Eckpunkten, die paar Seiten da irgendwie ganz grob geschnitzte Vorstellungen hin zu dem Gesetz mit dem grünen Cannabis-Kontrollgesetz verglichen, ich glaube 60 Seiten hat das, mit tausend verschiedenen Paragraphen, die da geändert wurden oder überhaupt erfunden wurden und da auch ganz viele kleine Detailfragen mit drin sind, die auch wir in unseren Eckpunkten nicht alle irgendwie entschieden haben, wie wir das gerne hätten. Da ist noch ein Riesengepp dazwischen. Und ja, wenn du sagst, sie haben im Hintergrund möglicherweise das alles schon sich überlegt, ja, finde ich, da würde ich nochmal einen Hut ziehen. Ja, wenn sie das machen, okay, das wäre wirklich beeindruckend, finde ich, wenn wirklich jetzt mit leichter Verspätung Mitte Januar dann wirklich ein Entwurf da wäre. Gut, dann gibt es einen Unterschied zwischen Referentenentwurf und Kabinettsentwurf. Das habe ich mich auch eben gefragt. Ja, den gibt es. Also der Referentenentwurf ist der Entwurf, der aus dem zuständigen Ministerium kommt. Und der geht dann in die Ressortabstimmung. Und in der Ressortabstimmung verhandeln die Ministerien nochmal über Dinge, die ihnen nicht passen. Dann werden vielleicht nochmal Änderungen vorgenommen. Und dann, wenn sich alle Ministerien geeinigt haben, kommt es ins Kabinett. Da sitzen dann die Ministerinnen und Minister plus Olaf. Und da wird dann quasi nochmal über dieses Verhandlungsergebnis entschieden. Und manchmal kann es auch sein, dass noch im Kabinett Änderungen vorgenommen werden. Und der Kabinettsentwurf ist dann der Entwurf, der ins Parlament geht. Aber man hat das jetzt zum Beispiel schon bei den Eckpunkten gemerkt, dass so ein Verfahren bei der Legalisierung wahrscheinlich relativ schnell gehen wird. Weil ja auch an den Eckpunkten, ich glaube, sechs bis acht Ministerien mitgearbeitet haben. Und da gar nicht mehr so viele Ministerien waren, die das zum ersten Mal gesehen hatten. Und das wird auch beim Gesetzesentwurf schon eine Gemeinschaftsaufgabe sein. Deswegen glaube ich nicht, dass wenn der Entwurf, also der Referentenentwurf erstmal steht, man dann auch so lange verhandeln muss. Hat man auch gemerkt, als die Eckpunkte geleakt wurden und dann zwei Tage später, glaube ich, dann das offizielle Papier da war, dass es dann sehr, sehr schnell ging. Und man hat auch gemerkt, dass im Prinzip die Entscheidung im Kabinett nur noch eine formale Bestätigung ist. Weil die haben ja zur Pressekonferenz zu den Eckpunkten schon eingeladen am Abend davor, bevor das ins Kabinett reingegangen ist. Und da war also schon vollkommen bombensicher, dass das da durchgeht ohne irgendwelche Änderungen. Das würde mit dem Gesetzentwurf wahrscheinlich dann auch so gehen. Und jetzt kommt dann wiederum die EU ins Spiel. Dann sind wir auf der offiziellen Schiene, nicht mehr mit Eckpunkten, sondern im Gesetzentwurf, wo dann dieses offizielle Notifizierungsverfahren losgehen würde. Zwangsweise oder freiwillig. Du hast im Vorgespräch freiwillig gesagt, also wir müssten es gar nicht an die EU schicken. Wir könnten einfach durchziehen ohne EU-Beteiligung. Richtig? Eine wunderbare Formulierung. Tatsächlich könnten wir einfach durchziehen ohne die EU vorher zu konsultieren. Ich weiß nicht, ob das eine kluge Entscheidung wäre. Also in der Regel legen die Staaten das freiwillig vor, wenn sie sagen, das was wir hier vorhaben auf nationaler Ebene könnte europäisches Recht berühren und möglicherweise nicht im Einklang mit europäischem Recht stehen. Weil man so eben die Versicherung hat, dass man nichts regelt, was einem dann später vom EUGH, also vom Europäischen Gerichtshof, wieder gekippt wird. Genau, aber wir würden uns dann im Januar entscheiden, gehen wir ins EU-Notifikationsverfahren oder machen wir es nicht und regeln die Legalisierung ohne das. Aber immer großes Risiko. Jeder Mitgliedstaat, aber auch die Kommission könnte dann ein Vertragsverletzungsverfahren gegen uns einleiten. Und das würde dann der EUGH entscheiden? Genau. Wie lange dauert sowas? Jetzt mal angenommen, wir haben das Gesetz fertig in Kraft und so weiter und ein Jahr später eröffnen die Shops und die ganze Ware ist fertig angebaut und so weiter und dann wird verkauft. Schafft der EUGH das so schnell dann aufzuhalten? So schnell wahrscheinlich nicht, aber es würde dann wahrscheinlich in eine Zeit kommen, in der man gerade sein Geschäft etabliert hat, anfängt schwarze Zahlen zu schreiben, sich die Gesellschaft daran gewöhnt hat, dass das jetzt so ist, man die ersten positiven Auswirkungen sehen kann. Und dann würde der EUGH um die Ecke kommen, möglicherweise, und sagen, nö, das geht nicht und dann können wir alles wieder einstampfen. Also das ist halt das Risiko, was wir tragen würden, wenn wir nicht ins EU-Notifikationsverfahren gehen und auch nicht versuchen, das europäische Recht in der Zeit zu ändern. Da kommen wir gleich nochmal zu, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also gut, Notifizierungsverfahren. Dann ist also wieder ein Brief vom Lauterbach bei der Kommission, der da irgendwo aufschlägt und der sagt Lauterbach so, jetzt habe ich mal einen richtigen Entwurf gemacht, jetzt prüft ihr mal bitte richtig offiziell und so weiter nach Notifizierungsverfahren. Jetzt können euren Paragrafen folgen und ihr habt Fristen dafür und so, anders als jetzt. Ist das eine Gesamtkommissionsentscheidung, die dann ansteht über dieses Notifizierungsverfahren oder entscheidet das der eine Kommissar, der zuständig ist oder die Kommissarin jetzt im Moment für innen, die das auf dem Tisch hat? Also ich habe mich quasi mit der Abteilung getroffen, die auch die Eckpunkte prüfen, also nicht die Eckpunkte, sondern den Gesetzesentwurf prüfen würden. Also man gibt solche Gesetzesentwürfe in der Regel, so habe ich das zumindest verstanden, in die zuständige Fachabteilung. Dort wird das geprüft und dann geht das quasi wieder hoch. Also ob das jetzt am Ende quasi, da sich nochmal alle Kommissarinnen und Kommissare zusammensetzen und eine Stellungnahme gemeinschaftlich verabschieden oder ob das dann nur die Kommissarin der DG Home sein wird, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber es wird, egal was rauskommt, als offizielle Stellungnahme der EU-Kommission begriffen werden. Weil dahinter steckt natürlich die Frage, brauchen wir eine Mehrheit der anderen EU-Länder dafür, für ein überstandenes Notifizierungsverfahren müssen die alle mit dieser, also Interpretationslösung ist ja umstritten und irgendwie einigermaßen politisch, solange das nicht vor Gericht geht. Ob man das will, das passt so oder ob man das nicht will. Und dann eben die Frage, ja, brauchen wir eine Mehrheit der EU-Staaten in der Kommission oder gar eine Einstimmigkeit? Also die Kommission ist ja eine unabhängige Behörde. Also es ist tatsächlich ganz spannend auf europäischer Ebene. Das Europaparlament ist sehr eigenständig, die Kommission ist sehr eigenständig und begreift sich tatsächlich auch als neutrale Behörde. Und dann hat man natürlich den Rat, wo die ganzen Präsidentinnen und Präsidenten der einzelnen Mitgliedstaaten sitzen. Und wenn es jetzt um das EU-Notifikationsverfahren geht, da hat allein die Kommission eine Stellungnahme zu machen. Das heißt, da haben die Regierungschefs erstmal nichts mit zu sprechen. Klar gibt es Leute wie den Holecek oder was, die denken, sie könnten quasi die Position der Kommission beeinflussen, indem sie da hinfahren. Aber am Ende entscheidet die Kommission politisch unabhängig, ob das jetzt dagegen spricht oder nicht. Da haben Rat und Parlament noch überhaupt nichts mit zu tun gehabt. Aber im EU-Notifikationsverfahren haben auch Mitgliedstaaten die Möglichkeit, quasi zu hinterlegen, dass sie davon ausgehen, dass dieser Entwurf gegen Europarecht verstößt. Das hat dann zur Folge, dass sich eben die Frist von drei Monaten, die es eigentlich gibt, auf sechs Monate verlängert. Und dann quasi nochmal in den inhaltlichen Austausch gegangen wird mit den Mitgliedstaaten, die da Bedenken anmelden. Und man halt schaut, gibt es Formulierungen oder Änderungen am Gesetzesentwurf, die für die Mitgliedstaaten bedeuten würde, dass es jetzt dann doch EU-konform ist. Und die EU kann auch, also die Kommission kann auch im Notifizierungsverfahren selbst direkt dem EuGH die Sache vorlegen zur Entscheidung? Soweit ich weiß, nicht. Sondern es ist quasi ein Vorwegprozess. Und wenn die EU-Kommission sagt, das ist not confirmed und Deutschland es dann trotzdem machen würde, dann gehe ich davon aus, dass die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten wird. Aber ich glaube, im Notifizierungsverfahren geht das erstmal noch nicht. Könnte ja auch ein Land betreffen, das streng dagegen ist. Alle anderen sind dafür. Die Kommission sagt Deutschland, okay, von uns aus können wir das machen. Dann könnte also auch dieses eine Land, was so furchtbar dagegen ist, nicht im Notifizierungsverfahren schon verlangen, dass das Ganze dem EuGH vorgelegt wird, sondern erst im Prinzip, wenn es in Kraft ist. Genau. Also Mitgliedstaaten haben nach dem, ich glaube, Artikel 259 AEUV ist das ein eigenes Antragsrecht beim EuGH für ein Vertragsverletzungsverfahren. Passiert relativ selten. Also wenn jetzt die EU-Kommission zum Beispiel im Notifizierungsverfahren sagen würde, das ist für uns in Ordnung, dann ist das schon mal eine Bank, sage ich jetzt mal. Und dann passiert es eigentlich relativ selten, dass Mitgliedstaaten sagen, wir haben da eine andere Auffassung. Und das fällt uns auch erst nach dem Notifizierungsverfahren ein. Aber, wie gesagt, manche melden es eben schon beim Notifizierungsverfahren an und gehen dann, wenn sie sich nicht einigen können, im Zweifel auch vor den EuGH. Jetzt hast du auch erwähnt, es kann auch sein, dass sie nicht einfach nur Ja oder Nein sagen dann in der Phase, wenn ein Gesetzentwurf vorliegt, sondern auch irgendwelche Details kritisieren und sagen, ja, im Großen und Ganzen von uns aus mein Wegen, ja, so, aber die und die Details gehen nicht. Und dann müsste man das entsprechend anpassen. Wenn man jetzt aber einen Kabinettsentwurf da hinschickt und die sagen dann, die und die Details gehen nicht und dann kommt es ins Parlament und ihr habt jede Menge Erinnerungswünsche und krempelt den ganzen Entwurf nochmal von links auf rechts, dann müsste man eigentlich nochmal ins Notifizierungsverfahren damit gehen, oder? Naja, also tatsächlich ist es so, wenn man ins Notifizierungsverfahren geht, dann gibt es quasi erstmal eine Ruhefrist. Also solange der Kabinettsentwurf in Brüssel liegt, können wir im Parlament nichts machen. Das heißt, wenn die Stellungnahme der EU-Kommission kommt und sagt, das und das geht nicht, da werden noch Anpassungen vorgenommen werden müssen, dann kann das Kabinett diese Anpassungen vornehmen und gibt es uns dann so ins Parlament. Und selbstverständlich besteht dann die Gefahr, wenn wir im Parlament, die die Anmerkungen der EU-Kommission über den Haufen werfen würden, dass dann wiederum eine Mitgliedstaat kommt und sagt, naja, also mit dem Kabinettsentwurf in der geänderten Fassung wären wir in Ordnung gewesen, aber es hat das Parlament hier das und das gemacht, das sehen wir nicht so, deswegen gehen wir jetzt vor den EuGH. Aber deswegen ist für uns im Parlament diese Stellungnahme zum Gesetzentwurf vielleicht eben auch wichtig, dass wir auch wissen, in welchem Rahmen können wir denn vielleicht noch Veränderungen vornehmen. Gut, also Kai, ihr würdet euch dann letztendlich auch an die Vorgaben halten müssen, zu dem, was die Kommission zu den Regierungseckpunkten gesagt hat. Aber das ist auch denkbar, dass ihr euch ganz neue Sachen einfallen lasst sozusagen, die die EU noch gar nicht begutachtet hat, noch gar nichts zugesagt hat, die sie dann wiederum bemängeln könnten. Das stimmt allerdings. Also zum Beispiel jetzt in den Eckpunkten sind die Cannabis-Social-Clubs ja nicht drin. Da redet man immer davon, das ist so ein rechtlicher Graubereich. Wenn wir die dann rein verhandeln im Parlament, geht man natürlich das Risiko ein, dass man da dann doch vom EuGH landet. Aber zum Beispiel Malta hat die Cannabis-Social-Clubs ja auch bei sich. Da hat jetzt auch keiner ein Tragsverletzungsverfahren eingeleitet. Also die Mitgliedstaaten machen das ja auch nicht aus böser Absicht, sondern das muss ja auch irgendwas sein, was die selber in ihren Interessen und Belangen berührt. Und das kann ich mir jetzt zum Beispiel für Cannabis-Social-Clubs nicht vorstellen. Ich glaube, das ist halt dann immer eine Abwägung, die man treffen muss dann im Parlament, wenn man noch zusätzlich was rein verhandelt. Wie hoch ist die Gefahr, dass wir damit auf die Nase fallen? Und dann wären ja auch nur die Cannabis-Social-Clubs europarechtswidrig, aber nicht der ganze Rest. Also das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Dann ist nicht die ganze Legalisierung gescheitert. Und wie ist jetzt so dein Gefühl, jetzt mal angenommen, die scheinen ja jetzt, also nach dem, was der Buschfunk sagt, jetzt nicht unbedingt sofort Nein zu sagen, ist nicht kompatibel, sondern eher gar nichts zu sagen und auf einen Entwurf zu warten. Angenommen, das kommt jetzt so. Würdest du das schon mal als positives Zeichen werten im Sinne von, sie hätten auch jetzt schon Nein sagen können oder das Ganze abbürgen können oder versuchen, das abzubürgen in Deutschland und die mehr so auf Richtung Entkriminalisierung zu schieben? Wäre das für dich schon mal ein Signal für eine gewisse Offenheit, da ernsthaft drüber zu diskutieren, das durchgehen zu lassen? Also ich hätte mir persönlich schon lieber gewünscht, dass die EU-Kommission tatsächlich auch Stellung nimmt, weil das für uns natürlich bedeutet, dass wir, wobei wir ja noch ganz am Anfang der Legalisierung stehen, obwohl wir schon einen weiten Weg hinter uns haben, direkt auch den rechtssichersten Weg beschreiten können. Also wenn die Kommission sich jetzt nicht äußert, heißt das natürlich erst mal kein Nein, aber es heißt halt eben auch kein Ja. Und das kann halt bedeuten, wenn wir im Januar ins EU-Notifikationsverfahren gehen, dass wir dann im Mai ein Nein haben und dann über Dinge sprechen müssen, über die wir jetzt schon sprechen könnten. Natürlich kann man auch sagen, es ist eben erst mal kein Nein und wir können jetzt weitergehen. Nichtsdestotrotz hätte ich mir, wie gesagt, eine Äußerung gewünscht und mein persönlicher Eindruck ist, ich habe zwar gerade gesagt, die Kommission ist irgendwie neutral und versteht sich als übergeordnete Behörde und das muss sie auch sein. Nichtsdestotrotz ist die Kommission eine sehr politische Behörde und die Gemengelage auf europäischer Ebene, die ist gerade unübersichtlich und das macht es für die Kommission ja vielleicht auch unbequem, sich zu äußern, weil, auch wenn das viele aus dem Weep-Mob nicht hören, es ist nun mal ein großes Wirtschaftsprojekt und das ist es nicht nur für Deutschland, sondern es ist tatsächlich auch für die EU und die Rückmeldung, die ich eben bekommen habe aus anderen EU-Staaten ist, sie finden die Eckpunkte super, aber eigentlich würden sie auch gerne dann mit Deutschland handeln, weil sie ja selber offen sind zu legalisieren und dann berührt das ja auch den Warenverkehr innerhalb der EU und deswegen gibt es da unabhängig davon, ob das jetzt sozialdemokratische Staatsregierungen sind oder konservative, da haben wir auch ein paar, die da theoretisch dafür sind, eine Gemengelage, die glaube ich auf europäischer Ebene gerade schwer einzuschätzen ist für die Kommission und je nachdem, wie man sich positioniert, naja, ist man vielleicht der einen Hälfte der EU dann auf die Füße getreten und ich glaube, das wollen sie aktuell einfach nicht. Wir sind gerade kurz unterbrochen worden, wir müssen jetzt aufhören, weil der Raum hier neu belegt wird vom Ministerium BMJ. Dort, eine Frage habe ich also noch jetzt frei sozusagen, ist ja naheliegend, auch über eine Änderung dieser EU-Verträge zu sprechen. Kannst du da mal sagen, gibt es da Pläne, was sind deine Einstellungen dazu oder gibt es dafür auch schon Ministeriumsdirektive, ob es da Initiativen geben wird? Also in den Eckpunkten steht ja ganz klar drin, dass man langfristig den EU-Rahmenbeschluss von 2004 ändern muss. Ich glaube, das ist auch total wichtig, damit jedes Land in der Europäischen Union rechtssicher legalisieren kann, weil man sonst immer vor der Gefahr steht, vor der wir jetzt stehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, so eine Rechtsänderung herbeizuführen. Das geht einmal über das Parlament, die die Kommission auffordert, eine Gesetzesinitiative zu starten. Das geht auch über den Rat. Fakt ist, in der Europäischen Union hat das Monopol zur Gesetzesänderung auf europäischer Ebene ausschließlich die Kommission. Und die Kommission muss irgendwie die Entscheidung treffen, dass sie das jetzt machen werden. Und dafür braucht man politischen Druck. Und ich bin ja aus dem Parlament in Deutschland, deswegen habe ich selbstverständlich Kontakt mit ParlamentarierInnen aus dem Europaparlament. Und da war eine sehr hohe Bereitschaft, so eine Gesetzesinitiative anzustoßen. Da braucht man natürlich auch eine Mehrheit im Europäischen Parlament. Aber das ist auf jeden Fall was, was ich auf jeden Fall beschreite, damit wir da vorankommen. Wie jetzt die Diskussionslage auf Regierungsseite ist in Deutschland, kann ich nicht sagen. Aber auf Parlamentsseite sind wir da, glaube ich, schon einen ganz guten Schritt vorangekommen, wenn es darum geht, der EU-Kommission klarzumachen, dass auch das Europäische Parlament eine Gesetzesänderung möchte. An der Stelle, ja, ich glaube ich doch, hat BMJ noch mit einer ganz kleinen Nachfrage. Wir haben ja schon versucht, auch das Ganze zu beeinflussen, mit einem Brief gemeinsam mit dieser Cannabis-Industrie, ja an möglichen großen Firmen, da haben wir mit unterschrieben sozusagen, wo die Kommission gebeten wird, das ganz jetzt wohlwollend zu prüfen. Kann die Öffentlichkeit, Weedmob und Co., kann man da noch irgendwie Druck machen, Einfluss nehmen auf diese Entscheidung der Kommission? Leider nein. Kann man nichts machen. Okay, gut. Dann danke ich dir. Wir haben viel interessante Dinge gehört, glaube ich. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.